auch nachher mein Name er hat mich zu genauer veröffentlicht Muster Logik kaum anpassen im Traum Springen macht Spaß drei Minuten hier haben wir ich würde sagen dass die Schweine auf der Nebenwirkung Mauer Mörker hat mit denen er hat man zu können er hat man zu können Miro du magst du er liegt ob der Schärmung wie das war Schell mit Kamp ob er der schön mit erlaufen hier ist ein Schweine die mich versaut die Färbel hier so er wird da stehen bleiben schön stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben die mehr Platz ihr habt mehr Platz ihr Schweine Karten mögt ihr aber mich nicht hier ich mag Schweine so ich weiß nicht was wir noch in der Nähe haben hoppla zum Miku gekommen das ist aber glaube ich eh kaputt so wir haben jetzt Schweine und Kühe gezüchtet jetzt brauchen wir nur noch Pferde Hühner und Schafe Hühner hier ja ein kleines Kind ist hier magst du gerade die kriegt keine Gerotten die kriegt keine Gerotten okay willst du Gerotten Hühner Opa um 14 Minuten doch wieder eine Minute noch also Pferde 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 und die Getreide Weizen machen nicht weiten können wie das heißt als Blöcke bei einem genau Weizenblöcke okay und noch mehr Schweine und Pferde vorsichtig 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 nein nein geschafft so na hey was was frisst du es einfach auf nur würde ich sagen das war es schon wieder mit der Folge und willkommen zum äh willkommen ja bis zum nächsten Mal habe ich jetzt ausgemacht scheiße egal bis zum nächsten Mal und ne hab ich nicht egal wenn ihr es hört ähm nächstes Mal hoffentlich werde werden wir morgen wir brauchen noch Weizen scheiße ich muss da oben hingucken damit ich an Weizen denke und tschüss morgen wenn ich das vorgabe lehre das nicht wieder